so dann geht es hier mal weiter was mache ich jetzt was mache ich jetzt was mache ich jetzt nicht ja so die mal rein aber Was machen wir denn mit dem? Okay, Fütterung. ja dann liegt da mal hin doch ich könnte eigentlich mal wieder so eine black box finden und ich sie keine schon ganz cool aus der skyline im hintergrund aber naja ist halt ein ps3 aber wir wollen hier nicht meckern auch schon okay eliminieren ist immer gut war ja 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 los ach verdammt alter was ist denn hier los wenn ich dreieck drücke passiert irgendwie dann nichts ich hab doch die kraft aus gewählt was ist da los wenn ich ja wohl noch mal gucken ja ja Wappt! Ist das oben? Oh, wie kann ich das hier hoch? Wollte ich endlich ansteigen? Mänschen! Ja, hau ich hoch und ich gleich an. Fuck! Alter, ich meine Feuerwehr wieder! Alles weg! Nimm! Oh, schade! Ah, noch mehr! und kommt von so war nutzen sie ja ja klar kein ding benutzen wir den Scanner jetzt so dann werde ich die halt fand ich ja ja noch mehr ah da ist er oh schnell so nein wir müssen absorbieren wir müssen absorbieren wir haben es absorbiert werfen 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 ich zerhack euch jetzt die nerven hier die raketenwerfer der durchkommt schön ordentlich noch mal ordentlich schaden wo ist hier noch was ja leg weg den scheiß so oh oh weg verdammt die weg jetzt wirklich wehen in spasten wir sind die auf den Boden es passt schön den Arm ab hier rissen das wo ein neue Fähigkeit Bäm 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 euch fehlen da irgendwie körperteile so jetzt muss ich irgendwo da hin hier aber auch hier uhr ey lass mich rein da spricht man jetzt nicht hier ich brauche ich mal einen Bonuszug ey ich krieg das wieder hin so ja gut ich verlag die jetzt hier ich mach die jetzt nicht alle gleich Alarm beenden wechseln tadaa geschafft so steigt er jetzt auch auf vielleicht das wäre mega geil nein da fehlt noch ein bisschen oder ja da fehlt leider noch ein bisschen da ist doch das ist ja das ist ja aber das ist ja